Heute scheinen die Daten einen ganz wichtigen Einfluss zu haben. Ob der Einfluss wirklich so groß ist, das werden wir noch sehen. Wir hatten heute Morgen schon Daten aus China. Wir können mal kurz hoch scrollen, dann sehen wir, dass wir hier mit dem PMI, dem Purchasing Manager Index, also den Einkaufsmanagern, unterhalb der 50er Marke lagen. Also eine erste wichtige Information. GDP-Daten aus Großbritannien beispielsweise. Wir hatten Arbeitslosedaten, die waren allerdings wenig überraschend, aus Deutschland. Zumindest mal den Erwartungen entsprechen. Mancher hat vielleicht gesagt, haben wir vielleicht schon Einflussnahmen. Natürlich hier im März noch nicht wirklich zu erkennen. Dann haben wir Daten aus Amerika gerade eben gehabt und deshalb auch die Nachricht dazu, nämlich die Initial Jobless Claims, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und den PCE Price Index. Also sozusagen die Ausgaben, was persönlich eben rausgegeben wird, wie viel bezahlt wird sozusagen. Und das ist weniger stark aufgefallen, als es eigentlich erwartet wurde. Hier 5,4 Prozent, nur 5,5. Warum ist die Zahl so wichtig? Die FED. Markus Fugmann hat darauf schon hingewiesen. Die FED achtet besonders auf diesen Indikator in Bezug auf die Ausgaben und entsprechend eben, also als Inflationsmessgerät sozusagen. Also nicht so sehr den Consumer Price Index, den Verbraucherpreis Index, sondern eher hier diese Indikationen hier für die Entscheidung der FED eben. Das ist relativ harmlos im Moment ausgefallen. Und tatsächlich, jetzt gucken wir mal, nicht so sehr auf die Daten. Du, Jan Rüdiger, du bist doch ein Charttechniker. Jawohl, wir wollen mal gucken, was haben denn die Marktteilnehmer dazu gesagt? Das ist ja der ganz wichtige Punkt, dass wir mal schauen, wie sehen die das denn in der aktuellen Situation? Und da muss man sagen, wenn wir mal auf die amerikanischen Indizes, hier auf die Futures gucken, dann sehen wir, dass der Markt seitdem abwärts gerichtet ist, aber auch keine richtig heftige Bewegung. Also da ist von der Seite aus wohl offensichtlich nicht genügend Überraschungsmomentum dabei gewesen, um den Markt wirklich auf der falschen Fährte da zu haben. Tja, und der Markt aktuell, was mir sehr auffällt hier im 5-Minuten-Chart beispielsweise, ist, dass wir alle Abwärtsbewegungen, egal ob das so halbwegs im Großen diese hier war, ob das hier so kleinere diese hier, ob das diese jetzt hier aktuell sind, sind sehr wackelig. Wackelig, das heißt eigentlich etwas, was wir als Charttechniker als Gegentrendbewegung sehen. Wackelig, warum wackelig? Häufig ist wackelig dreiwellig, so wie hier, oder eben so, dass es mehrfach hin und her geht, dann aber immer mit Kursüberschneidungen. Das heißt, dass die Gegenbewegung, in der Abwärtsbewegung ist eine Gegenbewegung nach oben, also die, die, vielleicht die kleine hier noch, die da, dass die viele Kursüberschneidungen haben. Das heißt, dass der Markt nicht aus dem Quark kommt, kann man einfach sagen. Das ist häufig ein Zeichen für eine Gegentrendbewegung und spricht für weiter einen, naja, eher bullischen Ausblick. Was aber auch auffällt, ist, dass er selbst auf der bullischen Seite, die immer noch stark ist, stark ist, stark war, hier sind wir jetzt so halbwegs noch wahrscheinlich in diesem Korrekturmodus drin, aber dass all diese Anstiege, auch dieser hier, danach ging es wackelig runter. Ihr seht, dass die Anstiege immer noch stark auf der Aufwärtsseite sind, aber er einfach nicht in die Puschen kommt. Das heißt, der Wumms ist noch nach oben, aber es ist so ein kleiner, harmloser Wumms. Und das lässt vermuten, dass so der Kaufdruck eben nicht mehr da ist, dass die Marktteilnehmer eigentlich noch denken, wieso, wir wollen doch kaufen, das ist doch die richtige Richtung. Ja, sie verhalten sich auf der Kaufseite, aber sie kriegen den Popo nicht hoch hier, wenn man das so schön sagen will. Also der Aufwärtsdrive scheint nachzulassen und im Übergeordneten lässt sich das dann vermutlich ein bisschen in so einem Eindrehen der Marktbewegung. Also man könnte jetzt sagen, okay, ist das vielleicht so etwas, was so ein bisschen ausläuft und dann in die nächste Pause eben geht. Das heißt, das Bild, was ich übergeordnet schon häufiger mal angedacht habe, Mensch, lass den doch mal runterkommen, etwas größer. Also jetzt nicht dramamäßig, es geht jetzt nicht um einen großen Rücksetzer, sondern einfach um irgendwie eine Erholung. Im Nasdaq hatten wir das angesprochen, hier habt ihr die Zeichnung noch drin. Das wird umso realistischer, je weniger eben der Pusher nach oben noch da ist. Hier habe ich noch eine Variante, dass es vielleicht noch ein bisschen höher geht. Das ist nur ein Modellbeispiel, das weiß ich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn die Marktteilnehmer einfach den Hintern halt nicht hochkriegen. Wie soll man es anders sagen? Tatsächlich ist es ja so, dass wir auch, wenn es zwischendurch immer mal ganz gute Momente für die Aufwärtsseite gibt, einfach der Schub immer mehr nachlässt und das Ganze nicht so richtig den Drive mehr hat. Die Erwartungshaltung, die ich in so einem Marktumfeld habe, ist, wenn ich sowas traden will, dann höchstens auf der kleinen Ebene. Also wenn ich hier sowas in der Richtung bekomme und dann wackelige Gegenbewegungen, dass es sich nochmal entsprechend ein bisschen zumindest fortsetzt. Dadurch, dass es sich aber nur so harmlos fortsetzt, hier geht es ja nochmal einigermaßen, hier A, B, C, runter nochmal fortsetzt, zeigt, wie wichtig es ist, in dieser Situation mit den Stops hinterherzuziehen. Also dann nicht einfach zu sagen, geht mir nichts an, der läuft ganz sicher noch ganz weit. Den Eindruck vermittelt der Markt zumindest aktuell nicht. Das ist ein bisschen unfreundlich mit dem Stop nachziehen, denn wir kennen alle die Situation, wir ziehen den Stop hinterher, wir werden ausgestoppt und anschließend läuft der Sack nochmal. Das ist nicht so angenehm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hier drauf zu setzen und zu sagen, naja, das kann eigentlich nur nach oben, nachdem wir so einen starken Anstieg schon gesehen haben. Ihr seht, ich springe so ein bisschen zwischen den Indizes hin und her, denn letztlich ist es bei den Amerikanern fast egal, welchen man sich anguckt, dass der Grobtenor der Situation ist bei all denen gleich. So, also Quintessenz der ganzen Geschichte. Aufwärtsbewegung, immer noch die vorherrschende, immer noch abwärts eher korrektiv einzusehen, aber wir sehen, dass Wumms und Drive und alles nachlässt und wir dementsprechend ein bisschen damit rechnen müssen, dass jetzt endlich, es wäre ja eine Erlösung eigentlich schon, mal eine Korrektur anfängt. Short zu gehen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Es sei denn, ihr habt zwischendurch mal eine starke Ecke, wo ihr sagt, das ist eine starke Bewegung. Ich mache es nochmal ein bisschen groß, gucken wir uns mal so zwei, drei an. Wenn ihr sagt, ihr habt irgendwo eine sehr starke Bewegung und die Gegenbewegung ist sehr wackelig. Also, wenn ihr zum Beispiel das hier in Relation zu dieser Geschichte hier seht, vielleicht, oder diese Bewegung zu dieser hier seht, vielleicht, oder eben, naja, so richtig doll ist es da alles nicht, aber dann kann man hier nochmal zeitweise auf die Short-Seite eben aufspringen. Ja, so richtig sauber war es nicht, also hier war ich jetzt nicht motiviert, so sehr das zu tun. Das wäre etwas, um dann auf die Short-Seite aufzuspringen. Solange wir starke Seiten bekommen und wackelig runter, ist es eher noch die Aufwärtsseite. Wir haben es so ähnlich hier gekriegt, auch wenn das hier recht harmlos alles war, aber ihr seht, dieses Prinzip ist natürlich nach wie vor das Typische, das Gültige, was es sich meistens lohnt. Hier haben wir übrigens nochmal ein Beispiel, einfach Augentraining ein bisschen mit euch. Schubbewegung runter. Ist das wackelig? Naja, so richtig mag ich es nicht zählen, weil wir keine, wir haben zwar steigende Tiefs, aber keine steigenden Hochs mehr. Ihr seht schon, der Markt ist sehr, sehr unaufgeregt in einer, ich habe null Bock, null Ahnung, null Kraft Phase. Da muss man sich überlegen, ob man damit einsteigen will. Im Moment für den Nachmittag würde für mich jetzt Folgendes zählen, wenn ich in eine Richtung, egal in welche, insbesondere vielleicht lieber die Aufwärtsseite noch, würde ich sagen, nach oben was kriege, wackele ich runter, dann würde ich mich auf die Longseite orientieren. Für all diejenigen, die eine Stufe größer gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, komm, dann bietet uns endlich mal diesen Rücksetzer an, dann können wir ja wieder einsteigen. Ich bin ja gar nicht richtig pessimistisch, aber ich bräuchte dann eine etwas größere Korrektur als diese kleinen, kleinen Spielereien, die wir hier im 4-Stunden- oder im 5-Minuten-Chart gerade noch sehen, aber auf Tagesbasis quasi gar nicht mehr erkennbar sind. Also ihr seht, worauf das Ganze hinausläuft, auf eher ein Auslaufen in diese Richtung, noch aber zu früh, um schon auf die Short-Seite positioniert zu sein. Es ist wohl die Stunde der Nachziehstops. Also wer hier schon länger dran ist an dieser Bewegung, freut sich über die bisherigen Gewinne, sollte gucken, dass er die Stops nicht zu weit entfernt hat, sondern eher dranbleiben. Und da hängt es jetzt zu weit, ist immer ein sehr relativer Begriff. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wo soll er konkret liegen? Das hängt davon ab, ob ihr sagt, ich bin positioniert, ich will nicht dauernd nochmal nachtreten müssen, oder ob ihr sagt, doch, doch, das ist schon in Ordnung, ich kann ruhig zwei-, dreimal eine Position bewegen. Ich mag es lieber etwas enger in dem Fall, muss dann notfalls nochmal rein, wenn es die nächste Situation gibt. Ich weiß, dass viele sagen, ich traue mich dann immer nicht nochmal rein, da tue ich mich so schwer mit. Ja, dann möglicherweise sich besser ein bisschen mehr Raum noch erlauben für die Bewegung. Ich habe das hier beim Nasdaq ja mal so ein bisschen aufgezeichnet. Denkt immer, ne, habe ich nicht mehr. Guck doch mal. Also beim Nasdaq ist es zum Beispiel sehr schön, beim DAX können wir uns gleich auch nochmal gucken. Das sind so diese Zonen, die wir hier jetzt haben, 14.000, ich mach es mal groß hier, 14.400 von mir aus, wäre durchaus realistisch, aber auch 100, aber 13.800 auch noch so halbwegs. Also wenn wirklich dieser Rücksetzer erfolgt, ihr müsst damit rechnen, dass der sogar bis dahin geht. Wenn ihr sagt, kann ich aussitzen, ist es in Ordnung, den Stop hier unten hin zu machen. Wenn ihr sagt, das fände ich jetzt total doof, dann macht es keinen Sinn, den Stop weit weg zu setzen. Dann müsst ihr aber jetzt mehr und mehr damit rechnen, dass es eben in die andere Richtung geht. Und dann würde ich sagen, zweifelsfrei Gewinne mitnehmen, notfalls wieder aufbauen. Aktiv aber noch nicht Gewinne mitnehmen, also jetzt nicht in diesem Moment ausführen, denn noch ist die Abwärtsseite nicht stark, noch sind die Abwärtsseiten wackelig. Beim DAX ist das ein bisschen anders, das ist jetzt der DAX-Index. Gucken wir auf den DAX-Future, da ist es ein bisschen anders. Da haben wir nämlich jetzt schon mal anfänglich die Abwärtsseite ein bisschen stärker. Ihr seht das, das sieht sogar fast fünffällig aus, was wir hier haben. Und das sieht ABC-mäßig aus, also ich würde mich hier sogar nicht mal wundern, wenn er das macht. Und das wäre auch in diesem Fall ebenfalls nicht schlimm. Das ist ein ähnliches Bild, wie wir es beim Nasdaq-Future eben angezeigt haben, dass wir diese Kiste sehen, das wäre eben das ganz normale, das klassische Bild. Und der DAX, anders als die Amerikaner, scheint hier zumindest mal mehr Wumms nach unten inzwischen zu entwickeln. Also ich habe die Vermutung, das ist noch keine Gewissheit, aber das ist beim DAX die Abwärtsseite vorläufig die bessere ist. Ob uns das wirklich bis dahin spült, es kann auch sein, dass wir ein bisschen höher sind. Also nur die Oberkante, das sind so die letzten Tiefs, die wir hier haben, namentlich 14.100 beim Future. Beim Index ist es leicht abweichend, aber sagen wir mal, auch 14.100 kann ein bisschen drüber liegen, noch vielleicht ein bisschen tiefer. Aber das wären durchaus Ziele, die ich normal fände und die insbesondere, wenn wir solche stärkeren Bewegungen hier mal sehen, und je nachdem, wie jetzt hier die Gegenbewegung hier wackerlich ist, so stärkere Bewegungen verlocken doch eher, dass die Abwärtsseite hier in Play ist. Also ihr seht, Deutschland ist, was das angeht, oder der DAX, mehr negativ ausgerichtet als die Amerikaner. Die zieren sich zwar nach oben, haben aber immer noch nicht dieses Bild der stärkeren Bewegung nach unten, sondern eigentlich eher noch umgekehrt. So, in diesem Sinne drücke ich euch jetzt für den Moment die Daumen. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Alles Gute und liebe Grüße.